So, ok, was wollen wir machen? Begeben Sie sich zu dem Dorf, das von Aufständischen gehalten wird und neutralisieren Sie jeden Widerstand. Na klar doch. Ok, können wir noch was anderes ausrüsten? Nö. Bist du schon drauf? Ja. Ja, jetzt in der Ausrüstung, aber kann man nichts mehr ändern. Nö, ganz genau. Ok, KI haben wir deaktiviert, das heißt wir sind jetzt hier quasi auf uns alleine gestellt, zu zweit. So, dann lassen wir weiter. So, erstmal Nachtsprillchen an. Ok. Jo. Jo, dann lass uns mal ein Stückchen vorrücken. Ich würde sagen, da links Richtung Haus, ne? Genau. Eintangaben, wie immer, über Kompass, ne? Ganz genau. So, ok. Ich glaube links vom Haus müssen wir schon mal aufpassen, da könnten wir hier durchkommen, ne? Hier hinter, ne? Ja. Da vorne steht schon einer, auf zwölf Uhr an der Mauer. Ich glaube, die haben uns aber noch nicht gesehen. Drei Stück, patrouillierender. Die haben uns aber noch nicht gesehen, die gehen jetzt nach rechts hinter die Mauer. Ok. Da hinten noch eine ganze Patrouille, siehst du, ne? Ja, noch vier Stück, ne? Ja, lass die erstmal noch laufen. Hier rechts die Leiter hoch ist nicht so gut, da oben ist man ziemlich... Ja, da oben ist so... Äh... Freiwild. Freiwild, genau. Ich dachte eben, das Spielsturz ab. Hat so komisch gehakt. Ok. Können wir von hier schon was sehen? Da stehen ein paar Ziegen rum, da vorne patrouillieren drei Stück. Siehst du die? Ja. Kannst du drei sehen? Ja. Nimmst du den hinteren, ich nehme den vorderen. Ok. Und Feuer. Ok, und den mittleren noch. Okay, haben wir. Ok, geh in Deckung. Geh hier hin zu, ähm, das Haus hier hinten, ne? Ja, an die Ecke. Ich geh hier vorne hin, weiter. Ein Stückchen hier runter an der Mauer. Falls hier welche, äh, reinkommen, beziehungsweise. Schlechte Idee. Oh, wow, wow. Wow. Das ist... Kommt hier von... Ok, guck du da oben, ich guck hier unten runter. Ja, ja, die haben schon wieder... Nimmst du hier schon wieder mit ihren MG oder Beschuss, würde ich sagen. Ah, die haben hier komisches MG da, ne? Ja. Du musst aufpassen, dass hier, wenn hier welche, welche hinter die Mauer kommen, die aufschalten. Wow. Das war ne Granate. Scheiße! Hast du hier hochgerast? Gleich, ja. Ja, ok. Ich komm in das Haus. Ok, bin neben dir. Ok, ich krieg rechts neben dir. Ja. Da unten laufen natürlich... 10 o'clock. Enemy far. Da unten laufen einige, ja, ne? Ja. Auf alle ist Feuer frei. Du musst nachladen. Die laufen alle nach rechts rüber, dann. Auf 12 Uhr vor uns welche? Drei Stück. Ja, die kommen hier gerade in den Hof. Warte, ich muss kurz nachladen. Alles klar. Die beiden sind weg. Da hinten irgendwo unter den Häusern scheint der Jeep zu stehen. Muss nachladen? Ja. Oh, Mann. Ich glaub, die nehmen das doch ein bisschen übel, dass wir da auf die geschossen haben. Glauben nicht, wie viele in rechts rüber sind. Äh, bei 340 Grad sind noch welche? 350 Grad? 350? Ja, einen hab ich ausgeschaltet. Ja, da läuft noch einer. Und irgendwo bei... Äh, 20... 15, 20 Grad ist auch noch einer. Da läuft der. Da laufen zwei noch. Muss nachladen. Okay, hab einen. Ich glaub, da ganz hinten noch einer am Zaun irgendwie lenkt sich, war ein bisschen entfernt. Ja, das seh ich. Okay, ne, erwischen wir wohl nicht im Moment. Nee. Muss nachladen. Okay. Ansonsten so im Bereich... Ja, 0 bis 20 Grad ist keiner mehr, oder? Hm, geht. Also ich hab da vorhin noch einen längslaufen sehen, nach links. Aber rechts sieht gut aus, also Richtung 20 Grad. Da ist jetzt nur noch irgendwie dieser, dieser blöde Jeep da vorne noch. Ja. Ja, läuft aber noch was rum, also... Alle ausgeschaltet sind sie noch nicht. Nee. Aufpassen, dass sie uns nicht hier von hinten... ...abschießen. Okay. Oh, oh, oh. Vorsicht, weg! Siehst du den? Ja. Hast du ihn? Nachladen. Ich glaube, da steht noch einer vor der Treppe. Ah, ich seh ihn. War auf... Bisschen, ne? Ja, weder hab ich ihn, oder er ist in Deckung gegangen. Ja, okay. Äh, bei... ...15 Grad am Haus ist noch einer. Okay, hab ich ihn erledigt. Okay. Okay, da ist... Lass uns mal zurückkriechen. Da sind... Warte mal, ey, mal... Okay. Verdammt, sind wir wieder verschwunden. Und zwar auf 320 Grad. 320 Grad? Da hinten bei den Büchern irgendwo, oder? Ja, genau. Da hinten bei den Büchern. Dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt links an die Mauer längs gehen, und dann uns an den Jeep anschleichen. Ja. Außerhalb des Dorfes oder hier? Was? Nee, außerhalb. Okay. Ich speichere mal eben. Der kann ja so lange weiter auf den Mond schießen, damit er schiebt. Genau. Soll er mal ordentlich Munition raushauen? Vielleicht hat er da ein bisschen weniger. Hier. Sicher. ok weiter ok jetzt die vorne müssen aufpassen ok lauf rüber hatte mal gucken wir eben kurz aber ganz gut aus ne ja würde ich auch sagen ok dann lauf ich rüber ok ich komm alles klar ok sicher sitzen die hier schon? ne das war noch eine Ecke eine Ecke weiter eine Ecke weiter ja ok wo ist? vor uns zurück zurück ja ja ich bin hinter dir komm hier rein ok ich geh mal eben hier nach rechts ok drei Leute hab ich da erledigt achso ok lass uns hier an der Seite durchgehen ja warte mal ich weiß nicht wie viel das waren irgendwie war aber glaube ich nur eine Dreher-Patrouille ich bin hier im Innenhof ok ok pass auf wenn wir hier zur Mauer rüber gehen dahinter ist der Jeep ja ok ich lauf zur Mauer lauf rechts an der Mauer rechts an der Mauer wenn wir jetzt hier durch gucken links ist gleich der Jeep ok ok gehen wir langsam rum und dann schalten wir ihn aus ja sie stehen mit dem Rücken zu uns wir können hier durchschießen ok ich nehme den Schützen ok ich nehme den warte ja warte drei zwei ein Feuer ok erledigt der Schütze hat sich gerade so umgezogen hm habe ich auch gesehen deshalb habe ich das Feuer etwas vorgezogen macht ja nichts ok gibst du mehr Deckung dann lauf ich eben zur Wand rüber ja Problem ist jetzt mal links noch welche sind ne ja sonst können wir auch da hinten raus gehen und dann von da raus ja ok lass das machen ok alles gut ja sieht gut aus ok ok hätte er nicht mal den Motor abstellen können bevor er ins Gras beißt geradeaus steht einer, siehst du den? ja jetzt sehe ich ihn, jetzt liegt er auf dem Boden hehehe 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 ok oh abgeschlossen guck mal geil Extrasionspunkt Elite auch abgeschlossen ja jo irgendwie ja Wollen wir den Jeep nehmen? können wir wieder, ne? aber nicht dass du ne? wie du auf den Jeep nicht auf so einen Hubschrauber schießt hehehe Gute Fahrer, oder? ja weiß ich mal sind zwar schlecht im Fahren, aber ist ne andere Geschichte ja ja das schaffst du meinst du? im Heli ja da vorne ist er schon so boah mach doch mal den Scheinwerfer aus Junge boah erstmal der ah ich huste ich habe ein Nachtsichtgerät ausgemacht hier ok rein da auf gehts Richtung Heimat ich freue mich schon aufs Abendbier Feierabendbier schnelle Missionen eigentlich, ne? eigentlich schon, ne? sauber ab eine Stunde, oder wie viel war das jetzt? eine Stunde? ne Viertelstunde Viertelstunde, ja so ungefähr, ne? sauber abgewickelt das ganze hehehe du hast ja einen Schleuzer habe ich ja noch gar nicht gesehen den habe ich mir aber bestimmt nicht gegeben Sieg sie haben den jeden Widerstand in den Dorf erfolgreich neutralisiert geil bisschen was abgeschossen haben wir auch ja ja sogar fast gleich viel, ne? 13 hab ich 12 hast du ja 14 Minuten 14 Minuten das passt ok dann sag ich hier mal an der Stelle danke fürs zuschauen die Montaner verabschiedet sich und Christoph auch Christoph auch so genau tschüss der Pilot guckt die ganze Zeit Jesus, oder? der oder der dein Schütze da ja der guckt so ein bisschen die Landschaft an, ne? oh du ich trinke noch einen Schluck Bier im Moment ja zieh mal lieber nach oben wow es hat schon die es hat wenn man beim stopp der Fliegen und kein Alkohol trinken darf eh das ist reject ein Bergungsteam ist bereits unterwegs Aber ich krieg noch mal ein Bier im Moment. Oh Mann.